Erheb dein Sendklasschampus auf ne gute Zeit Bist du ein Wasserboy, hält sie einiges bereit Du lebst auch noch in Deutschland und dein Name ist Andreas Du schießt über 7530 Mal an der Spitze von Unternehmen Leistungsdruck! Bro, ich versteh das! Wir haben früh gelernt, dass Job nicht ohne Gender geht Dass Wirtschaft klar über Menschlichkeit und Leben steht Bitte hier nicht falsch verstehen, ich weiß, ich bin privilegiert Doch wirklich sehr erschreckend ist, wie wenig das tangiert Ja, wenn die Wahrheit nicht mehr Wahrheit ist Jede Zielgruppe ihre eigene Scheiße frisst Und schau ich ab und dann in andere Bubbles rein Ist die Interpretation von Wahrheit ebenfalls sehr frei Und wenn wir schon bei dem Thema Freiheit sind Was auf die AfD im Bundestag mein Magen ist verstimmt Immer knapper geht zu weit, doch über 12 Prozent Warten wir, bis das nächste Flüchtlingslager brennt Doch wir brauchen Struktur in unserer Welt War extra bei Ikea, hab ein Karaksregal bestellt Und was hier nicht rein, was kehren wir untern Teppich Wahrheit muss man sich verdienen, also lüg ich Ich hab doch meine Meinung, oh 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 Was soll ich mit der Wahrheit, oh no no Das ist eine gute Meinung, frei entschieden Nicht passiert und übertrieben, genau das Richtige für mich Gib dir meine Meinung, oh 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 Gib nen Fick auf meine Wahrheit, oh no no Das ist eine gute Meinung, frei entschieden Nicht passiert und übertrieben, genau das Richtige für dich Auf RTL geht Kollektiv, da sind zugrunde Wer von Talabin kollabiert schon nach Sekunden Ruhiggestellt euch misogynes Nachprogramm Und ein klein bisschen Rassismus Nichts wissen, für das keiner hier was kann Gerade ist alles ja nie wös gemeint Gut, dass auch niemand durch Scheiß dazu schreit Und das alles ist auch nicht linksradikal Sondern einfach unserer Meinung nach schlicht und weg normal Doch wir brauchen Struktur in unserer Welt War extra bei Ikea, hab ein Kalax-Regal bestellt Und was hier nicht reinpasst, kehren wir unterm Teppich Wahrheit muss man sich verdienen, also lüg ich Ich hab doch meine Meinung, oh 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 Was sag ich mit der Wahrheit, oh no no Das ist eine gute Meinung, frei entschieden Nicht passiert und übertrieben, genau das Richtige für mich Gib dir meine Meinung, oh 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 Gib nen Fick auf deine Wahrheit, oh no no Das ist eine gute Meinung, frei entschieden Nicht passiert und übertrieben, genau das Richtige für dich Ist für dich nicht so wichtig, ziemlich egal Oh man, dich betrifft's nicht, ist dir egal Du sagst, Ordnung sei wichtig, auch antisozial Na 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 na, völlig egal Ich hab doch meine Meinung, oh 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 Was soll ich mit der Wahrheit, oh no no Das ist eine gute Meinung, frei entschieden Nicht passiert und übertrieben, genau das Richtige für mich Gib dir meine Meinung, oh 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 Gib nen Fick auf deine Wahrheit, oh no no Das ist eine gute Meinung, frei entschieden Nicht passiert und übertrieben, genau das Richtige für dich